Die Pirat-Fraktion hat im Landtag eine Liste von sehr klugen Fragen gestellt für die Zukunft der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, hat sinnvolle Experten ausgewählt und hat eine Menge von interessanten Antworten gekriegt, die deutlich machen, dass Nordrhein-Westfalen in der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs im Moment stark benachteiligt ist, dass der Bund seine Hausaufgaben nicht macht, was die Rahmengesetzgebung angeht und dass mithilfe dieser Antworten möglicherweise das zuständige Ressort der Landesregierung Initiativ wird, um dem Bund etwas mehr zu animieren, endlich seine Hausaufgaben zu machen.